Hallo liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es ist der letzte Donnerstag im Oktober und damit ist wieder Podcast-Zeit. Wie immer mit spannenden Themen aus dem Klinikum für das Klinikum mit Dr. Manfred Wagner und mir, Carmen Brückner, aus der Unternehmenskommunikation. Ja Manfred, lass uns direkt mit dem ersten Thema beginnen, die Lage der Kliniken im Großraum. Ja, ich versuche immer positiv zu sein, aber wenn ich ehrlich bin, so wirklich lustig und spaßmachend ist es im Moment nicht. Ich glaube, wir alle merken, die Häuser im Großraum sind voll und zwar vorwiegend mit Non-Covid-Patienten. Wir haben unheimlich viele Infektionen. Wir haben im Bereich der Kinderklinik ganz viele RSV-Infektionen und wir sind dadurch wirklich mit den Kliniken voll. Wir haben jetzt inzwischen wieder zwei bis dreimal in der Woche regelmäßige Abstimmungen mit den Verantwortlichen in den anderen Kliniken, um die Patienten einigermaßen zu verteilen. Aber zu verteilen gibt es nicht mehr viel, weil es einfach keine Kapazitäten mehr gibt. Und jetzt kommt dazu, dass seit zwei, drei Tagen wirklich die Covid-Patienten extrem ansteigen. Wir haben auf der Intensivstation jetzt vier Covid-Patienten und sind damit eigentlich mit dem Bereich, den wir da oben geschaffen haben, voll. Wir werden das jetzt so umorganisieren, dass wir da flexibler mehr Patienten belegen können. Das haben wir jetzt für heute geplant. Und auf der Station 08 haben wir im Moment elf Patienten. Da können wir eigentlich maximal auf 13 gehen. Auch dort haben wir heute mit der Hygiene nochmal gesprochen und ein Konzept entwickelt, um da flexibler dann noch mehr Corona-Patienten aufnehmen zu können. Aber es ist im Moment ein wirklich täglicher Kampf und ein Biegen von allen möglichen Mitarbeitern, dass wir das hinkriegen. Dafür auch nochmal meinen ganz herzlichen Dank vor allem auch an die Beleger, aber auch an die, die sich jeden Früh in der zentralen Notaufnahme und Nachmittag treffen, interdisziplinär aus allen Bereichen, um unsere Patienten unterzukriegen. Und wir schaffen es ja zum Glück im Vergleich zu früher, das jetzt ohne Gangbetten hinzukriegen. Und trotzdem ist es eine Riesenbelastung. Also ich empfinde es im Moment schon als schwierig, sage ich ganz ehrlich. Dann gibt es seit heute ja wieder Corona-Schutzimpfungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Manfred. Welche Impfungen werden denn konkret angeboten? Ja, also da muss ich erst mal sagen, ich bin total froh, dass das jetzt möglich geworden ist, weil wir hatten ja gesagt, die Mitarbeiter können sich im Impfzentrum impfen lassen. Aber das Impfzentrum hat dann vereinzelt doch Mitarbeiter immer wieder abgewiesen. Und deswegen konnten wir jetzt erreichen, dass wir die Mitarbeiter bei uns hier im Haus impfen lassen können. Und jetzt vielleicht fange ich mal an wo. Das ist nämlich dort, wo bislang das Testcenter war, also im Erdgeschoss vom Dienstleistungszentrum. Und da werden jetzt in Zukunft dann die Impfungen durchgeführt, auch durch das Impfzentrum der Stadt Fürth. Die kommen quasi dort rauf und bieten das bei uns an. Und angeboten werden alle Impfungen, also erst, zweit und dritt Impfungen. Und es ist auch egal, mit welchem Impfstoff man das erste Mal geimpft wurde oder die ersten zwei Mal. Jeder kann kommen und sich dort impfen lassen. Und zwar nicht nur ihr als Mitarbeiter, sondern ihr könnt auch eure Angehörigen dort impfen lassen. Und was sind jetzt genau die Voraussetzungen für die Drittimpfung? Also genau, wenn jemand schon komplett geimpft ist, dann müssten muss die Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegen. Das ist eigentlich die wichtigste Voraussetzung. Und mehr Informationen haben wir auch im Intranet nochmal verlinkt. Aber das ist eigentlich das Wichtigste. Also man kann frühestens sechs Monate nach der Zweitimpfung die Drittimpfung bekommen. Die einzelnen Termine, die stehen im Intranet. Die kann man am besten da nachschauen. Aber vielleicht sagst du noch kurz was dazu, wie ich mich für die Impfung anmelde. Ja, ich sage zu den Terminen auch nochmal was. Also es wird im Regelfall Dienstag und Donnerstag sein. Aber bitte wirklich nochmal im Intranet die Termine im Einzelnen anschauen. Im Regelfall ist es dienstags und donnerstags zwischen 11.30 Uhr und 18.30 Uhr. Und dann ist es so, dass Sie sich bitte im Internet, auch das ist im Intranet verlinkt, dann unter impfzentren.bayern slash citizen registrieren. Und das ist alles nicht so ganz einfach wieder mal in Deutschland mit unserer Digitalisierung. Also wichtig ist, dass man dort die Daten eingibt und dann werden Sie aufgefordert, einen Termin zu vereinbaren. Das können Sie aber nicht, weil da das Klinikum Viert nicht hinterlegt ist. Müssen Sie aber auch nicht, sondern Sie können dann den Vorgang eigentlich einfach abbrechen. Wichtig ist nur, dass Sie die Daten da vorher eingeben und dann damit sind Sie im Impfzentrum sozusagen registriert und können sich dann bei uns im Impfzentrum die Impfung geben lassen. Ich finde es jetzt wirklich super. Wir planen das jetzt für November und Dezember. Also bitte nutzen Sie jetzt die Möglichkeit, weil danach wird es Schwierigkeiten geben, auch bei uns die Räumlichkeiten noch zu finden. Deswegen wäre es ganz wichtig, wer sich impfen lassen will, wirklich jetzt die Termine im November und Dezember zu nutzen. Und ich muss noch nicht danklos werden, weil also es haben sich viele Leute mit drum gekümmert. Der Harald Dormann hat natürlich wieder den Kontakt zum Impfzentrum hergestellt. Aber ich muss jetzt mal die Lea Eichelsdörfer da hervorheben, weil die hat wirklich in mühevoller Kleinarbeit diese ganze Koordination betrieben. Die hat die Ausschilderung gemacht. Also Sie werden das super finden, wenn Sie durch den Keller gehen, wo Sie hin müssen. Hat die ganzen Nachfragen gemacht, hat die Informationen im Intranet und in der Führungskräfte-Mail gemacht. Also ohne die hätten Sie jetzt nicht die Möglichkeit, sich bei uns impfen zu lassen. Und ich weiß, das ist im Moment gar nicht so einfach, weil die Hausärzte, viele Hausärzte, die Impftermine ausgebucht sind bis ins nächste Jahr hinein zum Teil. Super, auf jeden Fall ein tolles Angebot. Dann gibt es Neuigkeiten von unserem In-Op. Ja, genau. Also nochmal, In-Op ist das Institut für Notfallmedizinische Fortbildung, das ja sowohl für Pflegende als auch für Ärzte als auch für Rettungssanitäter aus diesem Bereich wirklich interessante und vor allem sehr realitätsnahe Fortbildungen anbietet. Also ich kann euch nur allen empfehlen, schaut da mal auf die Webseite und schaut euch die Kurse an. Das ist wirklich außergewöhnlich. Das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, das wir da haben. Und wir haben jetzt nochmal eine Kooperation mit der Hochschule Ansbach da aufgebaut, einfach um das Netzwerk nochmal zu erweitern. Schön. Ja, aber jetzt, bevor du mir gleich wieder die nächste Frage stellst, jetzt drehe ich mal den Spieß um. Du bist ja in der Unternehmenskommunikation. Jetzt hatten wir letzte Woche schon wieder das Fernsehen in dem Haus und zwar diesmal nicht nur den Bayerischen Rundfunk, sondern sogar das ZDF. Was war denn da los? Richtig, genau. Wir hatten letzte Woche am Montag und am Dienstag zwei lange, lange Drehtage, vor allem Herbert Motzel und Professor Harald Dormann. Die beiden waren nämlich die Hauptprotagonisten. Ja, das ZDF war da, um für die Sendung Terra Express zu drehen zum Thema Emotet. Die wollten nochmal den Emotet-Angriff im Dezember 2019 beleuchten. Und für diesen Dreh kamen sogar auch nochmal Beamte vom LKA in München. Also es wurde wirklich groß aufgezogen und wie sowohl Herr Motzel als auch Professor Dormann und auch du berichtet haben, war das ein regelrechter Flashback. Vielleicht kannst du da nochmal erzählen. Ja, also wir haben ja nochmal die Krisenstab-Situation von damals nachgestellt und man muss schon wirklich sagen, damals haben wir uns gedacht, oh Gott, Emotet ist das Schlimmste, was uns passieren kann, dass danach nicht ein Computervirus kommt, sondern ein richtiger Virus. Das wussten wir ja alle noch nicht. Aber es war wirklich nochmal so ein Zurückversetzen in die Zeit. Und wir sind ja froh, dass wir inzwischen dank vieler guter Vorkehrungen da deutlich sicherer aufgestellt sind und da jetzt nicht mehr so Angriffsfläche sind. Genau. Der Beitrag kommt wann eigentlich? Er ist geplant für Anfang des neuen Jahres und da halten wir sie natürlich auf dem Laufenden. Im Intranet werden wir dann den Termin veröffentlichen. Ja, und dann kommen wir schon zu unserer positiven Geschichte. Ja, da diesmal von unserer Intensivstation für Früh- und Neugeborene, da haben wir nämlich die Larissa, die war bislang medizinische Fachangestellte dort und der hat die Arbeit dort so viel Spaß und Lust gemacht, dass sie sich gedacht hat, nee, ich will eigentlich in der Pflege arbeiten und hat sich jetzt entschieden, die generalistische Pflegeausbildung dann auch hinterher zu machen. Anfang Oktober war ja erst der Schultag. Ich freue mich immer, wenn sich junge Menschen wirklich entscheiden für diesen echt so tollen Beruf, der ja im Moment viel in der Diskussion ist. Und deswegen, liebe Larissa, wir wünschen dir ganz viel Erfolg bei deiner Generalistik-Ausbildung und freuen uns dann natürlich, dass wir dann noch eine neue, gute, motivierte Pflegekraft gerade für unsere Frühchenstation da bekommen. Also bis dahin, dir eine gute Ausbildung und alles Gute und ich glaube, das ist auch ein schöner Ausblick zum Schluss. Ganz genau. Ja, und das war es auch schon wieder mit den Neuigkeiten aus dem Oktober. Ende November gibt es dann wieder eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse und Nachrichten. Bis dahin. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich, muss ich immer sagen. Genau, ich habe es schon fast vergessen. Also bis dahin, eine gute Zeit euch. Tschüss. Tschüss.